So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir in der schönen großen Stadt hier angekommen, haben hier das Lager gefunden. Dieses wunderbare... Ich habe gerade gar keine Ahnung mehr, wie ich eigentlich absteige. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da hinten müssen wir hin, genau. Da müssen wir rein. Da ist der... Der Bresser. Pass gut auf. Du auch. Hallo. Ja, ja, schön wie der die Pillen und alles mitnehmen hier. Ja, da haben wir ein Schild an dem Plan. Mal lauschen. Das dürfte sie, glaube ich, sein, wieder rumchumpt. Ist mal hier was drin. Ah ja, Scheren, Scheren. So. Mal wieder schön plündern, wie es gehört. Jawohl, alles mitnehmen. So, ist das gut. Tagebuch eines Studenten. Ah, hier. Na ja, das scheint so ein Studentenwohnheim zu sein. Faktlos sind die ganze Studenten. Verdammt. Sporen. Sporen. Wirklich. Was ist das? Schon eine präparierte Waffe? Sporen. Na dann. Sporen. Lauschen. Lauschen, lauschen. Das ist aber nett, die hier, oder? So. Klasse. Klicke. Klicke, Klicke, Klicke. Alles voll, Klicke. Verdammte Kacke. Viel zu viele Klicke. Viel zu viele Klicke. Viel zu viel. Ich brauche irgendeine Ablenkung. Irgendeine Ablenkung, eine Ablenkung. Die haben wir wieder gar nichts. Alter, was ist das? Das ist immer widerlich. Ein Klicke, ich könnte ein bisschen zocken. Vielleicht fällt es ihnen ja nicht auf. Das ist echt sehr, sehr widerlich. Ich glaube, ich habe nur ein Messer. Oh man. Oh scheiße. Oh scheiße. Das ist aber kein normaler Klicke. Was ist das Monstrum? Was ist das? Das ist so der Hausmeister vom letzten Mal. Was ist das? Oh scheiße. Macht nicht so viel Lärm, Bro. Jetzt komm, drück. Drück du Saut. Oh scheiße. Ach du mein Lieber. Ja. Ich bin Kacke. Frische Luft. Das ist gut. Richtig gut. So. Mal da raus. Infizierte, mir geht's gut. Ja. Noch geht's uns gut. Noch geht's uns gut. Äh. Äh. Muss das Ding tatsächlich da hinschieben. Hm. 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 So, ich mach alles wieder fertig. Verkabelt hier. Verstöpselt. Noch mal ganz gemütlich hier angezogen. Hup. Hup. Ganz gemütlich. So. Nun können wir diese Tor öffnen. Ich muss... Oh, es ging. Ja. Komm schon durch. Sehr schön. Sehr schön. Da sind wir gerade da hinten. Müssen wir irgendwo hin. Da. Dahinter. Nein. Nein, ich glaube nicht. Da können wir mit Sicherheit nicht durch. Mit Sicherheit nicht. Der Bau ist nicht einbleiben. Irr. Kann ich eigentlich auf dem Pferd horchen? Verdammte Scheiße. Das ist wieder richtig tippisch. Kann es springen, der alte Gaul. Rrr. Sammeln wir hin. Ja. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja. Schön. Langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Wir sind da. Wir sind da. Oh, was weiß ich nicht. Alles verrammelt hier. Da müssen wir irgendwie rein. Irgendwie. Hier müssen wir rein. Ich muss schon wieder drüber gehen. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Okay. So. Lass mal das Tor aufmachen. Und wenn ich das kaputt schieße, geht das? Muss ich mal ausprobieren, aber ich meine Munition ist so selten. Ne stabile Kette, muss man echt sagen. Laten wir gleich nach. Ui, was ist denn Rutz? Kommt nicht mal hier durch hier. Ist doch scheiße. So richtig kacke. Jetzt mal von der anderen Seite. So, ich hab mir da hinten hier noch einen Durchgang. Gehen wir. Richtig, stopp hier. Unser Gaul. Bisschen schneller geht's schon. So. Ja. Äh. Was? Haben die irgendwie Angst vor dem? Was war's? Alles cool. Oh man. So, also haben wir nun eine Folge, in der ich die ganze Zeit hier durch die Gegend reite. Ja. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, wie da hinten, um das irgendwie zu lösen, wie auch immer. Ansonsten haben wir ja keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Zumindest bisher. Wenn man los ist, die Treppe packt's nicht. Pferde sind auch nicht mehr, dass wir uns noch waren. Okay, na los. Na komm, lass ich mal absteigen, geh schon zu Fuß. Schlimm, schlimm, schlimm. Hier haben wir eine Tür, vielleicht kann ich die Tür nutzen. Nur, ich kann das natürlich nicht nutzen. Wunderbar. Ja, wie soll ich denn da reinkommen, Leute? Tee. Hm. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Hallo? Kann ich vielleicht einfach klingeln? Kann ich dann drüber krabbeln? Jetzt ist doch alles wieder eine einzige Qual. Hier kommt auch noch nicht drüber, nur mit dem Pferd. Echt krass, echt krass, echt krass. Traurig. Traurig. Traurig, aber warum? Ja, dann frag ich mich echt. Ich sag nicht, der blöde Gaul steht mir zum Weg. Manchmal hilft, als ich wollte, was geht. Okay. Jetzt sind wir hier, ne? Was haben wir jetzt hier? Nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der oben ist irgendwie hoch. Der ein bisschen mehr hoch. Also ich würde sagen, nehmen wir das Ding. Und schieben ist da dran. Dann können wir vielleicht auf den LKW und vom LKW da oben auf das Vordach und dann durch das kaputte Fenster rein. Wunderbar. Oh, Solarzellen. Schön. Alternative Energie. Immer gut. Hallo? Okay, wir sind drin. Ist hier und zu Hause? Komm, Kleine, gib mir die Hand. Scheint niemand da zu sein. Mädel, nicht so schnell rennen. Wir wissen nicht, was wir hier haben. Was wir hier haben, sehen wir schon mal. Nichts und ohne die Munition. Mädel, rennen nicht so weit voraus. Wir sind hier der Zombie-Aukalypsis. Schön. Hm. Irgendwas nützliches. Kann man wieder nichts gebrauen hier. Das ist echt traurig. Oh, ja. Hm. Oh, ja. Ich kann wieder was wegwerfen. Das ist ein guter Platz. So, wie viel haben wir denn? Ein 38. Ja, der Shotgun wäre natürlich ganz toll. Aber hier. Nachladetempo. Ja, das brauchen wir uns mal ein hier. Kann man mal gebrauchen. So. 18, 18. Mit 18 kann man echt nichts anfangen, ne? Echt ne scheiß Zahl. Ja, das ist gut. So. Nun werden wir hier mal alles schön erforschen. Okay. Aber das Ganze in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein. Bis dahin. Bis dahin.